Guten Tag. Hallo. Wie kann ich Ihnen denn helfen? Ich suche einen Wein. Der hier wäre aus dem Anbaugebiet Rheinhessen. Ist frisch und fruchtig, mit einem Hauch von Brombeer. Also den kann ich wirklich gut empfehlen. Können wir auch gerne mal verkosten. Was glauben Sie eigentlich, warum Sie Deutschlands besten Getränkefachhändler in unserem Filialnetz finden? Wir hier bei Sagassa versuchen nicht einfach Getränkekisten umherzuschubsen. Wir wollen für Sie ein besonderes Einkaufserlebnis schaffen. Natürlich sind unsere Mitarbeiter stets zuvorkommend, freundlich und immer darauf bedacht, Ihnen bestmöglichste Beratung und bestmöglichsten Service zu bieten. Und haben Sie eigentlich schon unsere außergewöhnliche Atmosphäre bemerkt? Unsere Weinregale haben wir in einen veritablen Weinkeller verwendet. Das passt nicht. Wir brauchen einen anderen König. So vielleicht. Nee, wir brauchen was Besonderes. Das ist Indien-Ave. Das ist exklusiv. Das ist kalt gehopft und hat deswegen so fruchtige Noten. Ja, probier mal. Ja, das ist unser König. Ja. Da kann man schon mal den Überblick verlieren. Bei über 200 Biersorten, die Teil unseres Sortimentes sind. Das denken Sie sich als Kunde vielleicht. Aber unsere Mitarbeiter besuchen regelmäßig Schulungen und Fachmessen, um Ihnen in jeder Situation das jeweils perfekte Bier präsentieren zu können. Ihr oberstes Ziel ist immer Ihre größtmögliche Zufriedenheit mit unserem Service. Egal, ob Sie eine persönliche Beratung benötigen oder ob Sie unseren kostenlosen Geschenke-Einpack-Service in Anspruch nehmen wollen. Hier, von dem Vollbier? Ja. Naja, und natürlich tragen wir ebenso Ihre Getränkekästen in Ihr Auto. Wir sind für Sie da. Wir sind für Sie da. Unsere Mitarbeiter haben eine besondere Leidenschaft für Ihren Job. Naja, vielleicht ist es sogar mehr. Also mehr als ein einfacher Job. Eher eine Berufung. Mit diesem pausenlosen Einsatz, da entdecken wir für Sie zum Beispiel immer neue Craft-Biersorten oder aktuelle Trend-Spirituosen. Und wir haben die Qualität unseres Sortiments immer im Auge. Wir arbeiten für Sie und für die Erfüllung Ihrer trinkbaren Träume am Wunsch. Wir arbeiten für Sie. In unseren Träumen ist ja bekanntlich alles möglich. Unser Geist dichtet sich die interessantesten und spannendsten Geschichten zusammen, welche aber meist auf den Erlebnissen unseres Alltags beruhen. Untertitelung des ZDF, 2020